Hallo und herzlich willkommen im Musterhauspark in Horneburg. Heute möchte ich das frisch renovierte Klassiko 305 präsentieren. Auf 118 Quadratmetern Wohnfläche hat eine vierköpfige Familie genug Platz. Die moderne Einrichtung besticht durch Pastelltöne und Holzabdecken. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei. Schon beim Eintreten in die Diesel begeistert der Bodenbelag durch sieben locker angeordnete Dekorfliesen. Mit knapp 14 Quadratmetern Wohnfläche bietet die separate Küche viel Platz für eine stylische Sitzecke. So startet man gerne gemeinsam den Tag. Ruhe und Großzügigkeit strahlt das Erdgeschoss durch die einheitlich verlegte Bodenfliese aus. Genießen und verweilen kann man optimal im geräumigen Wohn-Essbereich. Oder einfach mal eine Runde tanzen. Hier im Obergeschoss sind die Räumlichkeiten eher klassisch aufgeteilt. Zwei Kinderzimmer, ein Elternschlafzimmer, ein Badezimmer und sogar eine kleine Leseecke findet hier noch Platz. Viel Tageslicht ermöglicht angenehmes Arbeiten hier unter den Dachfenstern. So bekommt man richtig Bock auf Hausabgaben.